Einer weniger, drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Paket bekommen von Lilith selber und ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Ich wusste, dass ich ein Paket bekommen werde, ich habe aber niemals damit gerechnet mit dem, was da drin ist. Ich habe nun das Paket also geöffnet und war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr überrascht über das Verpackungsmaterial, was Lilith hier verwendet. Das sah für mich alles schon ziemlich hochwertig aus. Also nicht irgendein Billigzeug oder so Werbeartikel oder irgendwie sowas. Ich war sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Zum einen haben wir hier einen Goldschlüssel, wie man sehen kann. Er ist ein Schlüsselanhänger, symbolisch mit dem Goldschlüssel. Finde ich sehr, sehr geil. Ich finde es sieht sehr, sehr schick aus. Auf der Medaille oder was das auch mal sein soll, was da dran hängt, ist auf der einen Seite eine 1, auf der anderen Seite steht ROK. Ich habe eine sehr glänzende Postkarte, würde ich jetzt mal sagen, bekommen und das stand auf der Karte. Stadthalter zum Jubiläum. Eure Anwesenheit bringt so viel Freude und Positivität in die Community von Rise of Kingdoms. Gemeinsam haben wir Wege gekreuzt, Freunde gefunden und viele Erinnerungen geschaffen. Ihr Beitrag zur ROCK-Community wird sehr geschätzt. Wir werden Ihnen für immer dankbar sein, dass Sie mit uns auf diese erstaunliche Reise gehen. Bitte nehmt das Geschenkset Aufstieg der Königreich als Zeichen unserer liebsten Dankbarkeit an. Vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung. Rise of Kingdoms. So ist jedenfalls die deutsche Übersetzung. Auch die Rückseite war sehr, sehr am Glitzern. Aber das Beste überhaupt aus diesem ganzen Set, und damit habe ich niemals gerechnet, dass es überhaupt so etwas gibt. Eine Miniatur, eine Stadt-Thema, äh, Tims. Und das ist super, mega, geil. Also das sieht mega, mega gut aus. Das ist auch nicht irgendwie Billigzeug oder sonst irgendwas. Also denke ich jetzt nicht. Das ist richtig, richtig gut detailgetreu gemacht. Das sieht richtig, richtig gut aus. Hier seht ihr nochmal alles zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will mehr von diesen Stadtthemen. Hier nochmal der Schlüssel, da seht ihr auch, dass da Rock drauf steht. Hier habe ich nochmal einen persönlichen Code bekommen. Und halt dieses Stadtthemen, diesen Nachbau, einfach nur mega. Das sieht einfach nur hammermäßig aus. Einfach diese, ich weiß nicht, vielleicht bin ich es auch einfach nicht gewohnt. Aber ich muss sagen, ich bin sowas von hin und weg, was das Ganze angeht. Das sieht so mega gut aus. Ja, ich wollte euch das mal mitteilen. Und möchte euch natürlich jetzt dann auch wünschen, dass ihr gut in das neue Jahr reinkommt. Und bedanke mich für den Support in diesem Jahr, den ihr geleistet habt. Ja, und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Kommt gut in das neue Jahr rein. Und feiert nicht so doll. Bis dahin, macht's gut. Vertraue und glaube, es geht noch um ... Los geht noch.